Herzlich Willkommen bei A1. Mein Name ist Jochen und heute zeige ich dir, wie einfach es ist, über deine Handyrechnung Geld zu spenden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, deine Spenden zu tätigen, zum Beispiel über dein Smartphone, über den PC oder auch ganz bequem per SMS. Spenden, zum Beispiel an die Organisation Ärzte ohne Grenzen, kannst du ganz einfach und sicher per SMS tätigen. Dafür sind nur einige wenige Schritte notwendig. Sende eine SMS an die Nummer 0664 660 10000. Sende nun den von dir gewählten Spendenbetrag. Beachte, der maximale Spendenbetrag liegt bei 50 Euro. Jetzt bekommst du noch eine Bestätigungs-SMS, die du mit Ja beantworten musst und schon hast du deine Spende erfolgreich getätigt. Die Spende bezahlst du bequem mit deiner nächsten A1-Mobilfunkrechnung. So einfach kann Spenden sein. Die Spendenabsetzbarkeit gilt selbstverständlich auch hier. Ärzte ohne Grenzen meldet sich bei dir, wenn du diese Spende deklarieren möchtest, damit die Absetzbarkeit beim Steuerausgleich erfolgen kann. Eine Übersicht über deine gespendeten Beträge findest du in deiner Online-Rechnung. Das war's auch schon für dieses kurze Video. Bis zum nächsten Mal.